Bisrikasana Bisrikasana ist ein Asana, erwähnt in Enzyklopädie of Traditional Asanas. Raffaela zeigt, wie es geht. Setze dich auf die Fersen, Gesäß auf den Fersen und die Knie auseinander. Dann gibt die Handflächen zusammen, halte aber ein leichtes Loch zwischen den Händen. Dann gibt die Daumen unter die Zähne in die Nähe der Lippen. Schaue zur Nasenspitze hin. Diese Stellung wird genannt Bisrikasana, auch Bisrakasana, auch wird sie genannt Mishrikasana und ist ähnlich wie Sutradanda. Es heißt, dass wenn man dieses Asana regelmäßig praktiziert, dass man eine bessere Verdauung hat und dass man Husten und Fieber überwinden kann. So soll also diese Stellung Bisrikasana für die Harmonisierung insbesondere von Pitta-Dosha helfen und für die Aktivierung von Agni, dem Feuer, bei gleichzeitiger Harmonisierung von Pitta-Dosha.